Hallo und herzlich willkommen bei den Weiterhelfern. Das hier ist der Stoff, der uns allen schnelles Internet bringt, die Glasfaser. Wer aber schon einmal damit gearbeitet hat, der weiß, dass diese Arbeit ganz schön kompliziert und friemelig sein kann. Zum Glück gibt es jetzt den neuen Optat Fast Hybrid Feldkonfektionierbaren Stecker von MetzConnect, der diese Arbeit erheblich vereinfacht. Und Dirk Reich erklärt uns, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Dirk, schön, dass du bei uns bist. Hallo Martin. Du sag mal, wir sprechen doch schon seit ungefähr 20 Jahren über schnelles Internet und Glasfaser. Warum habe ich das Gefühl, da geht es nicht so richtig voran? Also wir haben in den letzten Jahren schon viel Glasfaser verlegt. Aber nur zu den Verteilern. Das sagen wir dazu FTTC, Fiber to the Curb. Das bedeutet, wir verlegen die Glasfaser zu den Verteilern, die du am Straßenrand siehst. Und von dort aus geht es weiter noch mit alten Kupferdatenkabeln. Du musst dir das so ungefähr vorstellen wie unser Verkehrsnetz. Wir haben schnelle Verbindungen mit den ICE-Zügen. Und wenn du jetzt nach Berlin fährst und dort wohnst und musst ein Stückchen aufs Land, musst du umsteigen in die Straßenbahn. Und das letzte Stückchen fährst du sogar mit dem Fahrrad. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Und darum geht es jetzt. Wir werden das letzte Stückchen zum Haus hin mit Glasfaser versorgen. Wir sagen dazu FTTH, Fiber to the Home. Und dann musst du dir das so vorstellen, der ICE fährt dann direkt in deine Wohnung. Aber sag mal, ist Glasfaser nicht eigentlich was für hochspezialisierte Fachbetriebe? Wenn wir diese Glasfasern in großen Infrastrukturprojekten verlegen, da braucht es Spezialfirmen. Aber wir reden jetzt von FTTH, das heißt Glasfaser ins Gebäude. Und da haben wir von MetzConnect angesetzt und haben die Technik so vereinfacht, dass es jeder Fachbetrieb ausführen kann. Was ist denn eigentlich grundsätzlich das Problem mit der Glasfaser? Was ist daran so schwer? Du musst dir das so vorstellen. Eine Glasfaser ist ungefähr so dick wie ein Haar. Und in diesem Haar ist ein kleiner Tunnel. Und in diesem kleinen Tunnel wird mit Licht Daten übertragen. Und die Kunst ist es jetzt, diese zwei Haare hundertprozentig an einer Schnittstelle miteinander zu verbinden. Also müssen wir irgendwie verhindern, dass es einen Übergang gibt, bei dem der Lichtfluss gestört wird? Es gibt dazu zwei Verfahren. Einmal das Verfahren des thermischen Spleises. Dort braucht man teures Equipment, gut ausgebildete Leute, die Lehrgänge besucht haben und auch die Technik bedienen können. Und beim mechanischen Spleis ist es so, dass auch die Ausbildung hat man schnell mal in einem kleinen Grundkurs erreicht. Der mechanische Spleis ist die Ausrichtung der Fasern im Stecker. Im Stecker drin ist vorne eine industriell gefertigte Faser. Und an dieser Faser ist im Inneren ein schräger Schnitt. Und wir bringen auf der Gegenseite auch einen schrägen Schnitt. Und die bringen wir in diesen Stecker zusammen. Und normal muss man bei diesen Steckern das in der Montage drehen, sodass das direkt aufeinander passt. Und wir haben jetzt von MetzConnect hier eine Lösung gefunden mit einem Material, das nennt sich Opto-Elast. Und dieses Material haben wir im Stecker auf die Glasfaser von hinten aufgesetzt. Und wenn jetzt die Faser in den Stecker eingeführt wird, kann es den Luftspalt, der hier entsteht, ausgleichen. Super, dann lass uns das doch mal in der Praxis anschauen. In dieser Werkzeugtasche haben wir alles, was wir benötigen, um den Stecker zu montieren. Eine Abisolierzange. Als zweites einen kleinen Tank, weil alle Glasfaserreste sauber entsorgt werden müssen. Als drittes eine Reinigungsflüssigkeit. Und dazu braucht man noch ein kleines Tuch, um sie dann auch dementsprechend reinigen zu können. Dazu benötigt man noch ein kleines Edding. Und das war's schon. Was wir jetzt hier haben, ist ein spezielles Kabel für den FTTH-Bereich. Und die müssen wir jetzt abisolieren und in den Stecker bringen. Der Knickschutz wird auf das Kabel aufgebracht. Jetzt nehme ich den Faserguide. Und im Faserguide wird die Faser hier vorne eingelegt und mit dem Stift zwei Markierungen machen. Markierung 1, hier isoliere ich ab. Markierung 2, bis dahin wird dann die Faser in den Stecker eingesteckt. Jetzt nehme ich das Abisolierwerkzeug. Dieses hat drei Kerben. Die mittlere Kerbe ist zum Abisolieren der Ader. Jetzt wird die Isolierung weggenommen. Das ist jetzt eine Glasfaser, aber noch nicht abisoliert. Und dafür hat das Abisolierwerkzeug eine dritte Kerbe. Und mit dieser dritten Kerbe nehme ich jetzt dieses Primärcoding von der Glasfaser runter. Diese reine Glasfaser hat jetzt noch leichte Reste. Und das muss ich jetzt mit dieser Reinigungsflüssigkeit und mit meinem Tuch entfernen. Diese Faser muss ich jetzt in den Faserhalter einlegen. Und so positioniert, dass das Rote, wo abisoliert ist, mit der roten Zunge, die wir hier unten sehen, komplett übereinstimmt. Und wenn das so ist, ziehe ich dann nach hinten. Und jetzt ist die Faser fixiert. Und jetzt wird sie eingelegt in den Kliwa. Als erstes spannen, die Faser von oben einlegen und aufpassen, dass die Glasfaser in dieser kleinen Nut liegt. Jetzt werden alle Hebel geschlossen. Hebel 1, Hebel 2 und mit dem Druck des Hebel 3 ritt sich die Glasfaser an und sie wird durch einen Druck gebrochen 6 Grad. Das ist genau jetzt passiert. Jetzt öffne ich alles und nehme die Fasern nach hinten weg, sodass die auch nicht mehr auf den Tisch kommen kann. Jetzt nehme ich den Faserhalter aus dem Schneidgerät raus, setze den Stecker von oben ein und drücke noch einmal kräftig drauf, dass die Mechanik offen ist. Jetzt nehme ich die Faser aus dem Faserhalter heraus und führe sie über eine V-Nut in den Stecker rein bis zu dieser zweiten schwarzen Markierung. Jetzt leicht Last draufbringen, Mechanik auslösen und ich nehme den Knickschutz, schiebe ihn von hinten auf den Stecker drauf und so schnell montiert man heutzutage einen Glasfaserstecker. Aber die Glasfaser muss ja auch irgendwo noch auf die Wand. Dazu gibt es Anschlussdosen. Bei uns heißt die Dose Optat ATT. Das ist eine universelle Anschlussdose. Hier ist eine kleine Spleißkassette drin. Das Kabel wird von hinten in die Dose eingeführt. Ich habe auf dem Stecker einen kleinen Staubschutzstecker. Den muss ich entfernen und dann wird der Stecker von hinten in die Kupplung einfach reingesteckt. Ich schließe die Kassette, mache den Deckel auf die Dose drauf und jetzt habe ich meinen Glasfaseranschluss. Aber wir machen noch was viel besseres und dazu musst du mir mal bitte das Kabel links von dir geben. Sehr gerne. Bitte schön. Denn dieses Kabel kommt jetzt bei uns so aus dem Werk und der Monteur vor Ort bekommt eine Dose, wo er nur die Blende entfernt, zwei Schrauben nimmt, die an der Wand montiert und die Gegenseite zu einem Wohnungsverteiler steckt das dort nur noch auf und hat somit seine Verbindung einfach und schnell realisiert. Und noch einfacher kann man Glasfaser wirklich nicht mehr machen. Vielen Dank Dirk für die tolle Präsentation. Liebe Zuschauer, mit dem Optat Fast Hybrid System von MetzConnect können wir zuverlässig und vor allem einfacher als bisher Glasfaserverbindungen herstellen. Das ermöglicht Elektrohandwerksbetrieben einen einfachen Einstieg in das Thema und bietet vor allem Chancen bei der Ausstattung der letzten Meile in Mehrfamilienhäusern mit Glasfaser. Lieber Dirk, schön, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung. Und liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal bei der Sonnepaar Weiterhelfer-Show. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vielen Dank.